Ist das was ernstes? Ja, schon. Ähm, Tommy und ich, wir haben... Tommy, 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 Tommy. Oh mein Papa, du kennst Tommy, der war schon so oft hier. Wir sind seit zwei Jahren zusammen. Schon gut. Wir wohnen zusammen. Ja, ich kenne Tommy, okay. Also, Tommy und du, ihr... was? Du bist schwanger. Ähm, Mensch, Papa. Wir waren bei Oma und Opa gestern. Okay. Und... Naja, das ist ja sehr nett von euch. Ja. Dass ihr den nicht so alleine lasst und euch ab und zu mal blicken lasst, ist das schon sehr lieb. Ich muss heute Abend auch wieder rüber. Ja, auf jeden Fall. Uns ist aufgefallen, also mir ist aufgefallen. Vor ein paar Jahren waren wir doch noch im Urlaub. Und die beiden waren so fit. Und... Ich hab Angst, dass sie... Hey. Hey. Komm her. Ich weiß. Es ist nicht leicht, mit anzusehen, mitzuerleben. Es ist doch aber auch schön, dass sie so alt werden durften. Hm? Mhm. Mhm. Und die beiden kriegen noch alles mit. Sie sind fit. Sie freuen sich, wenn ihr kommt und können sich fast noch selber versorgen. Ich mein... Es gibt echt schlimmere Schicksale. Hm? Das... Das ist das Leben. Ich erinnere dich noch an den Tag, an dem du geboren wurdest. Das war der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Das war... So wunderbar. Mach dir keine Sorgen. Hm? Die beiden haben ihre Kinder erlebt. Und unsere Kinder. Meine Kinder. Euch. Das... Ist der Kreislauf des Lebens. Papa? Hm? Ich bin schwanger. Du bist schwanger? Krä perm McMahon. Ich 말� Natur.